hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft adventure maps ripney parkour und wir klettern jetzt den baum hoch weil wir wissen dass da oben reward ist und wer zuerst oben ist kriegt den natürlich und martin hat sich nämlich schon einen weg ausgesucht aber ich noch nicht das ist ein fehler da ist aber nicht wohl lang ja ja das sagt er jetzt ich habe echt noch kein weg ausgesucht bei der scheiße du hast keine blöcke zerstören das weißt du ja das war ein blöck sorry den ersten habe ich man das gibt es doch nicht ist es nein das gibt es noch nicht hast du es okay naja dann werde ich jetzt noch andere wort holen gehen weil ich auch noch weiß wo noch einer ist den am creative gefunden hat ich bin einfach nur rumgelaufen habe dann diese loch hier an der erde gesehen dann dachte ich mir so lol wo kommt der her wo kommt das doch her so jetzt ist es 23 ne ja dann bin ich da hier kann man sogar betten setzen weil wir hier wahrscheinlich sterben könnten du kannst nur noch schlafen so graphics fast muss man okay weil er muss es vorstellen okay habe ich noch fast hat er trotzdem noch er muss es bei optifine umstellen nö doch jodo ich sehe eh nicht so viel durch doch was so ooooh details trees fast was auch fast nicht auf die full bauten das ist mir scheißegal doch das ist kein unterschied das weißt du doch das weiß ich nicht ja doch oh lol was mache ich denn für ne scheiße nein ich bagge im block ich bagge im block ich bagge im block ich bagge im block oh dann fällt lol ich bin auch im block rumgebar ich bin auch mal wieder runterschlagen der pisser nämlich dich besser du besser es geht darum dass ich nicht gemacht habe aber du wolltest es das ist schon schlimm genug und jetzt machen draußen lärm ich hoffe das hat mich zu laut ich habe es gar nicht schön hörst du es noch ich habe gar nichts ich habe nicht einmal was gehört also ich habe es sehr laut ich hoffe ach wie ich sie liebe leitern springer alle bis dahin ist ein kleiner weil du immer so schlecht bist und immer schieb verrext ich bin nicht gestorben amt darf der hat nur weil er gar nichts kann muss er das an mir auslassen deswegen wer hat die ganzen Rewards naja aber du schlägst mich ja mal runter nur ja klar jetzt bin ich der ihn noch mal runterschlägt also dreister geht es ja wohl nicht oder doch ich stande hier und du hast mich runtergeschlagen so sind es auch da ist mir meine Faust ausgerutscht bah je das war eigene inkompetenz eigene inkompetenz ich glaube man kann übel abkürzen du bist hier alter was die hier wollen was man für einen weg geht ich zeige es dir mal man kann von hier aus also von hier oben kann man schon mal hierher springen und von hier oben aus warte wenn du da hinkommst kannst du sofort hier rüber springen und dann hier da hättest du gar nicht dahin gemusst so jetzt gehst du da hoch und dann kannst du schon hier her springen und schon hast du es geschafft ja das ist ja ein bisschen schlecht durchdacht du hast mich eh noch runterschlagen es war so klar besser ja einfach die ganze zeit unten warte bis ich mich weiter bewege ja du hast mich du hast angefangen also ja wie er gleich zurück kommt der kleine pisser das gibt's nicht kann man doch nur so viel dran sein du ist das darfst du nicht das macht aber spaß oh gottchen da muss ich nicht wo runterschlagen schaffst du nicht oh alter ja ich aber auch lol wir springen gegen die wand ja so geht's wenn du nicht gegen die wand springst du wartest ja immer unten in diesem kleiner behindert ne als ich gerade runtergefallen bin nur habe ich dich runtergeschlagen ach wenn du weiter bist dann schlagt ich dich nie runter weil es einfach asozial ist ja ja das kann ich verstehen das möchte ich auch nicht tun nein wirst du nie tun hast du nur gerade eben nicht hast du nur gerade eben gemacht nein wirst du nie tun ja natürlich natürlich falle ich nicht runter wenn er mal weiter ist und da gehe ich jetzt auch nicht extra runter hat den reward geil richtig richtig große leistung ohne scheiß schaffst du ihn nicht hättest du mich jetzt nicht runtergeschlagen jetzt voll kackst du hättest du mich jetzt nicht runtergeschlagen dann hätte ich den reward natürlich gekriegt oder es ist gar kein reward mh zweitens ist richtig aber ich hätte ihn gekriegt wäre ja einer gewesen und du mich nicht runtergeschlagen ja auf jeden fall na klar war ja schon fast am ende was machst du da drüben denn heute ist gar voll den leichten weg du musst du zwei sprünge machen ach ja warte mal mh 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 das war nur der versteckte Diamant wärmer hier mh 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 Ha! Nu! Sagt der ohne Smaragder, ohne wirklich viele. Ja, du hast mir ja auch 6 oder so abgezogen. Und ich hab 10. Wenn du 22 hast, haben wir ungefähr gleich viel. Hallo, hier darfst du nicht lang. Du musst oben lang. Hallo, du darfst mich da nicht mal runterschlagen, wenn du fertig bist, spaßt. Egal. Lass suchen gehen die nächste Challenge. Ja, los, komm, tüte mich, komm. Komm, komm, komm. Komm. Los, komm. Okay. So, wo sind es? Shit. Ich hab... Äh... Biogarn... Okay, ich hab noch einen Diamant gefunden. Kupe.